Wir sind hier in Wiesbüttemisch in Moskau am 20.33. Ich habe es mir einmal gekauft und dann war ich gerade in Berlin. Ein Freund von mir hat mein Ort, bitte, bitte gibts mir. Und dann habe ich es mir wieder gekauft. Aber es scheint ganz gut geschwind zu sein. Ich war hier total der besten Sender. Es gibt allerdings vier Folgen davon. Wonderful.